Es ist unverkennbar. Das weiße T-Shirt mit dem roten Levi's Logo. Wer es trägt? In letzter Zeit gefühlt jeder. Doch angefangen hat der Trend eigentlich in den 90er Jahren, beziehungsweise ist jetzt wieder dank gewisser Influencer auf Straßen und Co. zurückgekehrt. Der Grund? Levi's warb kürzlich gemeinsam mit der Influencer-Marketing-Agentur Intermade in Berlin auf Außenwerbeflächen mit exklusivem Snapchat-Content. Auf der Website horizont.net erklärt der Marketing-Director von Levi's Central Europe, dass mit solchen Ideen und fortschrittlichen Aktionen weiterhin Trends gesetzt werden. Und das, obwohl Levi's die Kampagne selbst gar nicht auf Snapchat spielt, sondern dort nur über Influencer laufen lässt. Tony Marfout, Caro Dow oder Marina The Moss. Die Marke setzt also auf die Zusammenarbeit mit Influencern, weshalb auf deren Instagram-Account auch lauter Selfies von Janina Use bis hin zu Nova Lana Love mit Levi's Mode zu sehen sind. Mal schauen, welche Trends den Sommer noch folgen werden.